Recap Bär-Talk Nummer 3. Heute habe ich den Nils. Yes. Und was der Nils zum Jahr 2023 zu sagen hat, das sehen wir nach dem Intro. Let's go. Let's go. Einen wunderschönen guten Tag Nils. Yes. Mein Lieber, 2023. Mein erstes Jahr, ja. Dein erstes Jahr hier. Den Daniel, den Aaron habe ich schon verarztet. Ich möchte so viele wie möglich vom Team noch vor die Kamera bekommen. Wenn du jetzt an 2023 zurückdenkst, wie war denn 2023 für dich? Wild. Also wild, anstrengend. Wild-Counter ist auf zwei. Ja. Wild, anstrengend, lehrreich. Ja, ich glaube. Und natürlich lustig, Spaß. Ja. Das wären so die Adjektive, die ich benutzen würde für das Jahr. Okay. Da ich das die anderen zwei auch gefragt habe und es lustig ist, dass du wild sagst, das war nämlich auch dem Aaron sein erstes Wort zum Jahr 2023. Was war denn wild? Viele Events. Also, ne? Erstes Jahr, erstes Jahr, es war ja gefühlt mindestens zweistellig an großen Events. Ihr wart öfters mal nüchter und dann war es die B-Crew, ich und Michael und Co. Das war dann auch so, ja, auch handeln müssen. Halt öfters mal, ab und zu mal was Zwischenmenschliches, wo es dann halt aber auch ja Zwischenverständnis geht, der mit zwischendener und sich da menschlich weiterentwickeln, weil man andere Sichtweisen kennenlernt, auf Aspekte, ja, halt neue, komplett neue Arbeit, ne, zu dem, was ich ja vorher gemacht habe, da besser werden, immer noch viel, 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 viel lernen zu haben. Ja, es war halt viel auf einmal, so, natürlich nicht auf einmal, auf einmal, aber in einem Jahr gebündelt, also ist das Jahr mindestens fünfmal so anstrengend wie meine drei Jahre Arbeit, die ich in dem anderen Laden hatte. Okay. Das war, ne, ich war nicht gut in dem alten Job, ich hab nicht viel gemacht in dem alten Job, das war halt so Theken verkaufen im Baustoffgroßhandel, aber das war halt, weil ich ja auch investiert bin und mich auch das alles interessiert, bin ich halt gefühlt auch mehr drin. Ja. Ja, nehm ich so hin, find ich gut. Wenn ich ja einfach mal kurz die Laufbahn machen soll. Dezember, nee, September, Oktober, letztes Jahr, One Piece kommt. Okay, es ist ein physisches Kartenspiel. Wo zur Hölle kann ich physische Karten kaufen? Ähm, okay, da und da. Ja, hier Daniel bombardiert, ganz viel Kontakt gehabt, One Piece beigebracht, dann in den Laden gekommen, Equipment gekauft für gut Geld, das ich da hab, angefangen zu spielen. Upsa, guter Kunde geworden. Sehr guter Kunde, ja. Ja, Freund geworden. Yes. Äh, ich war ja direkt, guck mal, ihr kanntet mich zwei Monate oder so und ich war an Silvester eingeladen. Ja. Ne, das ist, hui. Ja, du hast es sehr schnell in unsere Herzen geschafft. Ja, ähm, dann Februar aus Joke Bock auf Praktikum, nee, Januar aus Joke Bock auf Praktikum, weil arbeitslos. Wann soll ich anfangen? Geklappt, gemacht. Leider halt zu kurz, weil ich nicht noch mehr bekommen hab. Dann bin ich in der Maßnahme, die haben Tag eins gesagt, äh, wenn sie Bock auf Praktikum haben, sagen sie uns Bescheid. Meine erste Anfrage war, wann kann ich loslegen? Hier wieder angefragt, gemacht, das geklappt, war anscheinend cool, ne? Obwesely anscheinend einen guten Eindruck dagelassen und dann im Februar unterschrieben für Ausbildung. Und dann halt erstmal vorne gewäßt, dann jetzt Michael nach vorne geschoben, mich Karten Market, also Card Market Versand übernommen gelassen. Jetzt ab der, ab dem Ende vom Jahr noch ein YouTube-Channel dabei, nebenbei eröffnet. Ist viel. Also, ist schnell und für mich halt viel. Also, nicht viel im Sinne von überfordern, sondern einfach so, es passiert die ganze Zeit was. I like it. You like it. Das wollte ich eigentlich hören. Darauf hab ich gewartet. Ich wollte es nicht jinxen, aber dir gefällt, was du tust dir. Ich hab das Gefühl, relativ von Beginn an, dass du sehr gut zu uns passt, weil du, wie wir, ein einzigartiges kleines Blümchen bist. Das sind wir alle. Speziell wir zwei verstehen uns sehr gut, mussten aber auch auf einigen Ebenen lernen miteinander Ja, entweder sind wir Beifahrer im selben Auto und haben den selben Geschmack an allem am Auto oder ich bin die Wand oder du bist die Wand, anders der Crash-Tester. Genau. Was wir aber über die letzten Monate, finde ich, super hinbekommen haben. Ich finde speziell zwischen uns, wo funktioniert das mit dem Reflektieren sehr gut. Ja, das ist halt auskotz, auskotz, okay, Schlüsse ziehen. Genau. Du hast dich super eingefunden, du machst einen super Job, gerade bei dem One Piece YouTube-Kanal, den hast du super im Griff mit super viel Kreativität. Das ist das, was der Aaron bei Lokana auch macht. Ich, wie auch der Ramon, da kann ich für den Ramon nur mitsprechen, sind sehr zufrieden und stolz auf dich. Vielen Dank. Sind wir. Ich meine, ich habe ja Lob bekommen. Ja, 2023 war wild. Ihr nennt euch gerne die B-Mannschaft, ich verstehe das, aber ihr rockt das schon sehr gut. Ja, man kann dir Verantwortung übergeben, du kannst Dinge ganz klar erledigen, wenn man dir sagt, man kann sich da zu 95 Prozent drauf verlassen, die anderen 5 Prozent sind menschliches Versagen, das hat jeder von uns. Menschlich ist das, passt das immer noch nach einem Jahr und das ist schon ein großer Schritt. Ja, 2023 war wild, war wild. Ich bin sehr froh, dass wir dich genommen haben, ich bin sehr froh, dass du irgendwann bei, mein erster Kontakt zu dir war, glaube ich, bei Twitch, bevor ich das Gesicht dazu kannte. Ich bin sehr froh, dass der Lord Witts irgendwann aufgetaucht ist. Ich habe sehr viel Spaß gehabt dieses Jahr mit dir schon. Nimm dich auch Geld immer wieder abends mit zu mir auf die Couch für einen Übernachtungsplatz. Das muss man ja hoffentlich bald nicht mehr machen. Nein, jetzt schaffen wir es noch nächstes Jahr, dich hier in unsere wunderschöne Kaiserstadt zu bekommen, dass du hier bei uns wohnst, dass du nicht mehr jeden Tag so viel Auto fahren musst. Zwischenzeitlich hattest du aber auch mit One Piece aufgehört. Ja. Warum? Meta war langweilig, brutal langweilig. Es war drei Erweiterungen, dasselbe Ding, da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und dann kam halt Ende, Mitte, OP4, Rabun hat gefragt, One Piece, YouTube-Kanal, weil es ist halt trotzdem immer noch ein Hype-Spiel. Ich so, ich kann mal wieder reingucken. Meta war okay, also warum nicht? Gut, und jetzt spiele ich es wieder. Und dann hast du auch Bock, habe ich es gefühlt. Ja, du hast Variationen. Du hast jetzt nicht nur noch Whitebeard und Zorro und Lord. Du hast jetzt sechs Decks, die alle halbwegs efficient funktionieren. Und du hast halt auch mittlerweile so viele Karten, dass ich als Typ, der halt nur, also wenn es um nichts geht, halt gerne Spaß-Decks spielt. Ich habe so viele Möglichkeiten, Sachen zu bauen. Und dann kommt immer so, was spielt denn Nils heute? Ah, okay, okay. Okay, okay. Also ich habe auch das Gefühl, dass du die Community arbeitest, mit der One Piece-Community sehr gut machst. Der Michael bringt sich da auch sehr schön ein, habe ich das Gefühl, das funktioniert. Das wird eine kleine Familie, finde ich gut. Mag ich. Ich lese super gerne mit, auch wenn ich mich nicht mehr reinhänge. Wenn ihr so miteinander connectet und es dann heißt, ja, hier, wir gehen abends nach der Local noch auf den Weihnachtsmarkt und ja, mach schon einen sehr guten Job. Mir gefallen deine kreativen Ideen für die Dumpnails. Vielleicht wirst du nächstes Jahr dann noch Dumpnail-Beauftragter für Battle Bear an sich. Weil ich finde, da sind deine Ideen ziemlich geil. Aber dann müsst ihr alle vor die Kamera. Ja gut, vor die Kamera sind wir ja eh. Ja, aber vor Fumbnails. Ich mache nur nicht gerne dumme Gesichter auf Kommando, mein Gesicht ist dumm genug. Aber ja, Nils, was, was wünschst du dir von 2024? Nett, jetzt nicht unbedingt Vorsätze, aber zum Dane habe ich gesagt, von einem Konzertbesuch, den du schon immer machen wolltest, von irgendwas auf der Arbeit, irgendwas erleben, was machen, ein Event hochpushen. Bist du bereit für den Treasure Cup 3, den wir nächstes Jahr definitiv, und der geht raus an alle One-Piece-Spieler. Es wird ein Treasure Cup 3 geben nächstes Jahr. Nein, Grand Line Open. Treasure Cup ist ja das offizielle, ein Grand Line Open. Entschuldigung. Wir haben da nämlich jetzt auch, ja, Sakura, wir haben da jetzt auch eine Kooperation mit einem sehr, sehr coolen YouTuber, Twitcher, grüße gerne raus an den Glimm, der auch One-Piece sehr gehypt ist. Und bist du ready für das Grand Line Open 3, nicht Treasure Cup, Entschuldigung. Da wir diesmal ja wissen, da wir, wie viele ungefähr dann kommen, weil diesmal, wir haben ja bei Events mittlerweile rausgemacht, dass du auch Vor-Ort-Zahlung machen kannst, weil das war ja das, was mich immer ein bisschen an den Grand Line Opens enttäuscht hat. Hey, es haben 120 Leute ein Ticket gekauft. Furchtschleute sind da. Ja, das ist halt so ein Stimmungskill. Genau, die Tickets müssen vorher bezahlt werden, das Vor-Ort-Zahlen wird rausfallen oder ist schon rausgefahren, gerade bei den limitierten Tickets, dass die Leute das vorzahlen müssen. Es wird auch wieder eine Matte geben. Bist du ready? Knacken wir die 100 One-Piece-Spiele nächstes Jahr. Wenn wir, vielleicht können wir uns ja auch, also wir haben ja schon den Glimm, maybe auch mit Discord, ne, mit Lokana hat es ja mit den Dachleuten super funktioniert, so von dem, was ich mitgekriegt habe. Können wir mal anfragen, klar. Genau, weil das sind ja meistens so die ähnlichen Leute, wo die es ist, aber da leiten. Ja, überlasse ich gerne dir. Connect. Okay. Try it. Bei Lokana hat das mal so funktioniert, bei anderen hat das noch gar nicht funktioniert. Oft haben die Leute einfach keinen Zeit, da liegt es nicht an Sympathie oder Ähnlichem. Ja. Aber 100 Leute knacken. Also ich merke halt, dass bei vielen anderen Spielen, gerade wenn du bei denen in die Zukunft guckst, viele nicht mehr so Bock auf ihr Spiel haben in vielen Aspekten. Ich habe es jetzt öfters bei Digimon gehört. Wir haben gerade irgendwie ein Trend, dass Yu-Gi-Oh! Spieler bei uns aufhören und One Piece anfangen wollen. Dann haben wir halt generell gerade OP5, was halt das Hypeset ist, was viele Leute auch reinbringt. Wir hatten die Netflix-Serie, die jetzt war, die die Leute reingebracht hat. Also ich denke halt schon, wenn man das halt gut bewirbt, dass du da die 100 knackst. Knapp 70 waren wir bei den letzten, die 100 knacken wir. Ja. 2024 wird Nils One Piece Judge. Wird der Nils eine One Piece Judge Prüfung ablegen? A, muss es dir erstmal wieder geben. B, wahrscheinlich erst nach meiner Zwischenprüfung, weil vor meiner Zwischenprüfung will ich mir da jetzt gerade nicht noch neben Schulzeug-Regelwerk reindrücken. Aber eigentlich müsste das ja on the fly bei einem aktiven Spieler geben. Ja, also immer wenn ich Atta nach Regelfragen frage, weil Atta ist ja aktiv am Lernen für Judge Prüfung, dass Falze kommen, es klappt, ist meistens auch mein Gedankenrang richtig und so wie ich es sage, ist richtig. Also man muss halt, wie bei den meisten Tätigkeiten, ist halt das Stacking, wie es abfunktioniert, was Priorities, also was Vorrang hat, Wissen und es kommt mir immer so natural vor. Also es sollte kein Problem sein. Ja geil. Yes. Aber die müssen halt erstmal wieder anfangen, Judge Prüfung zu machen. Zurück zur Grundfrage, was ist dein Wunsch für 2024? Wunsch. Also da wir ja schon einen Grandland Open 3 machen, der wird ja anscheinend schon erfüllt. Dann, dass ich hoffentlich nach Lautern komme. Ja. Das ist schon sehr ambitioniert, das schaffen wir. Ja. Außerhalb vom Laden hoffe ich auf ein Spiel, das es vielleicht in dem Jahr kommt, das Leak-Streetfighter-mäßige. Da warten übrigens viele Leute drauf. Ja. Right, falls ihr zuhört. Das und im Laden selbst, maybe das, was wir halt mit Cardmarket geplant haben und das, das mit dem System in dem Jahr. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Meister-Performance ist gesehen, letztes Jahr. Schreibt uns da unten die Nils-Momente für 2023 hin. Wir werden wild dazu kommentieren. Und an die Ultras, wenn einer von euch Schokokuss schreibt, ich finde euch. Ich finde euch. Bei 100 Kommentaren leag ich das Bild von dem ergerichtet. Hä, das ist nicht geleagt, das ist auf Instagram gewusst. Dann verlinke ich euch das. Also, danke fürs Zuschauen, macht's gut, 2023, lautwärts, danke. Daddy, tschau. Tschau, tschau.